Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blicktage. Wir verfolgen den Geist von... Wie heißt er nochmal? Volko? Ja, ich hab's nicht so mit Namen. Oder Objekten. Was heißt Objekten? Wesen, die hier rumlaufen. Wo ist er jetzt hin? Ah, hier. Ich vermute mal, wir müssen dann wieder so ein riesen Baum vielleicht, der voller Augen ist, irgendwie wieder zerstören. Ah ja, da freu ich mich drauf. Nicht. Aber auf der anderen Seite kommen wir mit der Geschichte voran. Sieht jetzt alles so... düster aus, finde ich. Oder? Ich hab dich gleich und auch nicht. Oh nein, da ist es doch. Ein Baum. Was war das? Erstmal speichern. So. Oh, ich hab nicht so viel Gesundheit. Sind hier nicht nur noch irgendwo Bären? Ach, da hinten. Aber das war's dann auch. Das nehme ich auch noch mit. Okay. Ah, das sind auch noch. Okay. Los geht's. Jetzt oben sind die Popbox. Ah, gut. Was? Oh, das hier ist so... Oh, ja. Und ich bin, ich bin mir aus. Hole ist so. Und ich bin mir von wegen des Bowens. Hallo? Ich hab den doch getroffen, oder nicht? Nein, ich war jetzt weit weg. Ich kann nicht sehen! Er bewegt sich. Und jetzt? Noch einmal? Oh nein, jetzt wird er wieder zum Boden. Oh nein! Kann ich die jetzt holen? Au! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Der Baum bewegt sich! Zum Teufel! Oh, nö! Oh Gott! Oh Gott! Hier sind keine Aspergerin. Warte! Au, 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 au! Oh je, wir sind ja nicht so viele wie beim letzten Mal. Oh Mann! Ich muss doch den Baum auch irgendwie drücken, oder? Jetzt geht das irgendwie nicht. Ja, ja, ich will. Da liegt etwas. Was war das? Ah! Oh Mann! Das ist aber jetzt nicht dein Ernst! Mist! Ich habe das gar nicht gesehen. Jetzt ziehe ich den Energiebau ab. Ja, okay. Oh Mann! Ich brauche Heilung! Oh Mann! Wir sind hier nirgends in der Spielen. Nein, das ist nicht. Warum denn auf? Ach doch, da hinten. Da sind auch noch welche. Komm, hör auf jetzt! Komm, hör auf jetzt! Reicht! Oh Mann! Oh Mann, das ist sehr gut. Oh Mann! Ich brauche gerne eine quelquefache. Oh Mann! Feier! Oh Gott! Nein! Verdammt! Ja, ich hab's geschafft! Ah, endlich! Jetzt kommt wohl wieder so ne kleine Geschichte. Ja. 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 Als Yagas Story war zu kommen, sie hörte eine Sprache, die von ihnen aufzunehmen würde. Ist das nicht der Beginn einer wunderschönen Freundschaft, Prinzessin? So ist die Stimme in Halle? Nein, ich weiß nicht. Moment, was soll ich denn hier tun? Was soll ich denn hier tun jetzt? Ich bin jetzt ziemlich verwirrt. Ein Wandspruch. Ach so. Each of my sleepless nights and brightest daydreams. My most painful moments. Torments and fears. Jetzt rede die Stimme nicht mehr, Yagas. How many tears... How many tears you spilled, trying to escape the darkness? Your darkness. You are not ready. Dieser Volko müsste doch eigentlich der Letzte sein, oder? Wir haben ja schon die Slavica und den anderen Baden. Was... wo soll ich denn jetzt hin? Ich habe einen kleinen... Ich habe einen kleinen... Drehend. Also... ... ... ... ... ... ... Okay, dann rein. Nein! Oh Gott! Okay, dann rein. Nein! Das ist mir klar. Was? Da passiert zu viel. Oh Gott. So viel auf einmal. Die Scheiße, so was so viel auf einmal passiert. Was denn? Hey, ich springe hier die ganze Zeit damit hinein. Die Scheiße schweif. Spätet ihr von der Katze oder ist sie? Ja, genau. Was? Nein! Oh, heute ist nicht mein Tag. Was ist das so schön? Ich brauche Sie, zu binden die Straße. Machen Sie eine Runde. Es ist schwer zu sehen, weil Sie ja was? noch was händen die? nein was soll das denn jetzt? ok das musst du sein I'm not... I'm not ready. It's okay, Yaga. It's okay now. Something has... I'm cold. Don't leave me. I won't. Don't leave me, Zora. Please don't leave me. I will never leave you. Wilco, I haven't missed him for a second. As a matter of fact, I was pretty far from missing him. Is this... What are you? You're not... You... You can't touch me! Freak! No! Get the... Und schon wieder. The statue. Okay. 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 Don't beat yourself up about it. It's not gonna help. You... I figured you out. You have. You're here to cover my real face. Ah, Princes. My ugly, vile face. You're a mask to hide the face of a murderer. Help me avoid justice. Justice? No. But the truth is not far away. You're just still not ready to... Say it! Look, I... Say it! I... I can't. I don't want to. Not yet. You and your secrets. I'm not wasting any more time on them. Okay. Ist unsere Schwester vielleicht tot? We'll find her. One way or another. Was sind wir denn jetzt? No new tricks. No powers from ancient gods this time. I'm almost disappointed. Getting greedy, huh? There is something. You'll see. When the time is right. Hm. Ich würde ja dennoch gerne mal den Pilz so runter, oder? Das hab ich wohl heute auch nicht. Ach, das ist wieder so... Nice. Da läuft wieder so ein Geist. Keine Ahnung, wie das ist. Wie das heißt. Dann speitern wir mal. So, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Das... Da hoffe ich, dass wir den Pilz finden könnten. Den... Sprout. Genau. Er hieß so. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi. T transit builder. Tschüssi! 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 T Nachkarte.